Sie sich jetzt nicht festgehalten. Zumindest war ich am Kontrollpunkt. Und bin gleich wieder weg. Das ist doch so traurig. So, hopp. Hopp, 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 hopp. So, rüber. So, rüber, sieg dich nicht gleich ab. Geschafft. So, rüber. Wow, da war ein Medipack. Da hat sich nicht jemand ein Medipack fallen lassen. Das gibt es doch nicht. Hier war noch einer. Irgendwo war hier noch einer. Ja. Aua. So. Schade, dass ich keine Gewehre aufnehmen kann. Warte mal, siehst du das Geschütz da hinten? Ja, denkst du es ist deine Falle? Allerdings, sieh dich vor. Betrachten sie. Okay. Was ist das? Eher moderne Kunst als Archäologie. Zumindest in diesem Zusammenhang. Findest du nicht, das Kügelchen ist ein klitzekleines bisschen zu groß für dich? Sie weiß, was sie tut, Kumpel. Ey. So. Das finde ich Kunst mit Form und Funktion. Boah, ist das ja kompliziert. Was haben wir geschafft? Geschafft. Bist du schwer verletzt? Halb so schlimm. Aber das mache ich nie wieder. Hier geht's rein. Sie hätten nicht kommen sollen. Das ist mein Reich. Keines ihrer vermoderten Gräber. Erzählen Sie mir von dem Schwert, Takamoto. Was ist damit? Was fasziniert Sie daran so sehr, Miss Craft? Zeigen Sie es mir, dann sage ich es Ihnen. Ihre Beharrlichkeit wird Sie noch umbringen. Oh. So. K. Okay, Takamoto ist entkommen. Was jetzt? Wir folgen ihm. Ja, wieso auch nicht? Ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir hier ein Medipack hat fallen lassen. Ahaha. Oh. Ja. Hat doch geklappt. Ich bewundere deine indirekte Art. Wow. So. Na, gibt's hier hinten noch was, zufällig? So ein paar. Ach. So, man kann also doch das Ding nehmen. Gut. Dann hab ich jetzt halt ein Sturmgewehr in der Hand. Gut. Reicht ja auch für den Endkampf, ne? Ich hab noch ein bisschen Probleme mit den Granaten. Die liegen nämlich auf K und K ist etwas weit weg. Von den üblichen Tasten. Sie haben keinen Respekt. Sie brechen in mein Haus ein. Töten meine Männer! Ich habe nur Stellen abgebaut. Jetzt kümmere ich mich noch um die Inventur, wenn's recht ist. Sie meinen das hier? Das bedeutendste Stück meiner Sammlung. Wie meinen Sie das? Ganz einfach. Ich sammle Objekte toter Engländer. Dieses hier gehörte einem Kreuzritter. Er soll sogar einer von König Arthusrittern gewesen sein. Ich weiß nicht, wie es in den Besitz dieses Narren kam. Denn es stammt aus einer Zeit vor dem 11. Jahrhundert, als ihr Volk noch in Lehmhütten lebte. Und deshalb würden sie lieber sterben, als es mir zu geben. Nein. Deshalb! Aua! Wie soll ich denn gegen die kämpfen? Ah! 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 Wow! 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 Ja, wir wollen die Growth'n Yep! Nein, wir wollen die jetzt ihre Luft retten! Nein. 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 So? Wir wollen die jetzt ihre Luft retten! Nein. 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 Ja! Ja! Juhu! Boah! Was ist denn das für... Aua! Wo bist du? Also so bin ich außerhalb... Was ist mit einer Granate? Ouh! Oh! Was ist mit einer Granate? Ouh! Was ist denn... Was ist denn mit dem? Aua! Ja, das sagtest du mir bereits! Nein! Nein! Boah! Boah! Du regst mich auf! Ja, ich hab verstanden, aber ich möchte es haben! Ja, ist mir egal! Ja, ist mir egal! Oh! So! Der ist etwas weiter zur Seite gegangen! Boah! Hör auf! Oh! Okay! Das ist unsichtbar! Ja, ist okay! Nein! Nein! Ich krieg's einfach nicht hin! Zwischensequenz überspringen! Was ist jetzt mit ihrem losen Mundwerk? Ähm! Ja! Erstmal... hierhin! So! Du bist... über mir! Ja! 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 Das ist jetzt... ... 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